Es ist natürlich immer so ein Kindheitstraum auf jeden Fall gewesen und ich glaube ich kann schon sagen, dass das, wenn man die Möglichkeit hätte dort spielen zu können, auf jeden Fall ein Traum wäre, ja. Ich habe gerade einen Fokus und das ist hier bei Werder Bremen. Ich möchte die Ziele, die wir uns gesteckt haben, so schnell wie möglich erreichen und da liegt gerade mein Fokus drauf. Es ist natürlich immer schön, sowas zu lesen und zu hören, das liegt ja noch nicht in meiner Hand. Ich glaube, dass der Verein mit meinem Berater im Austausch ist und alles andere wird sich dann zeigen. Klar könnte ich das jetzt sagen, aber im Fußball ist alles möglich, im Fußball kann alles passieren. Und da will ich mich da jetzt noch nicht festlegen. Ich bin sehr zufrieden hier, ich fühle mich wohl hier. Es wird einen Zeitpunkt natürlich geben, den kann und möchte ich hier auch nicht mitteilen, aber es wird auf jeden Fall da, ich denke mal, zeitnah dann auch was geben. Klar, es ist immer was Besonderes, glaube ich. Es ist der Verein, wo ich die ersten Schritte gehen durfte. Es war immer mein Herzensverein, ich komme aus der Stadt und meine ganze Familie wohnt noch dort. Ich verfolge jedes Spiel, es ist natürlich immer so ein Kindheitstraum auf jeden Fall gewesen. Und ich glaube, ich kann schon sagen, dass das, wenn man die Möglichkeit hätte, dort spielen zu können, auf jeden Fall ein Traum wäre. Klar, wir haben uns auch das ein oder andere Mal ausgetauscht, definitiv. Aber ich glaube, dass nicht nur ich, sondern auch er sich hier wohlfühlt, das hat er auch schon mehrmals gesagt, spielt bei ihm wahrscheinlich dann auch eine große Rolle. Und ja, ich glaube, ich muss jetzt nicht zu einem Verein gehen, der jetzt in der Champions League spielt oder so. Das ist jetzt nicht mein größtes Ziel, sondern ich muss mich wohlfühlen, ich muss das Beste sehen, wo ich mich am besten weiterentwickeln kann. Und was es dann wird, ja, das wird man dann am Ende sehen. Ach, das ist mir völlig wurscht, ob ich das Gesicht der Mannschaft bin oder nicht. Ich versuche, egal wo ich spiele, der Mannschaft, wo ich spiele, zu helfen mit meinen Leistungen. Ob ich das Gesicht bin oder nicht, das ist nicht relevant für mich. Aber es ist natürlich immer gut auch zu wissen, dass ein Top-Spieler bei einem Verein ist. Und gerade bei uns ist es ja Fülle dann auch. Und wenn man die Möglichkeit besitzt, so einen Spieler halten zu können, ist das auf jeden Fall ein großes Kriterium auch. Kann man schon so sagen, weil letztes Jahr habe ich auch schon eine sehr, sehr gute Saison für mich gespielt, aber war halt die zweite Liga. Und das ist jetzt das erste Jahr, wo ich wirklich ja sozusagen Stammspieler auch bin in der Bundesliga. War ein harter, steiniger Weg dorthin, aber ich habe oder ich wusste oder ich habe immer meine Qualitäten geglaubt und glaube einfach, dass ich die in der Mannschaft, wo ich gerade spiele, sehr, sehr gut einbringen kann. Ja, dazu fühle ich mich noch sehr wohl. Das kommt natürlich auch noch dazu, dass ich dann Befreiter aufspielen kann und einfach versuche, meine Waffen oder meine Qualitäten, die ich habe, in eine Mannschaft zu bringen. Und ich glaube, dass das hier in der Mannschaft sehr, sehr gut funktioniert und ich glaube, dass ich da auf einem guten Weg bin. Natürlich ist es, glaube ich, von jedem Mal ein Traum, Nationalmannschaft zu spielen und sein Land vertreten zu dürfen. Aber ich habe es damals schon gesagt, ich sage es immer noch, ich glaube, dass ich da noch sehr, sehr weit von entfernt bin. Aber nichtsdestotrotz versuche ich einfach, Leistung auf mich aufmerksam zu machen und versuche der Mannschaft mit Toren zu helfen, mit Vorlagen zu helfen und alles andere liegt da nicht in meiner Hand. Das weiß ich nicht, es liegt dann auch immer an Betrachter des Bundestrainer, was er da gerade sucht, welche Kriterien, ja, welche oder was für Spielertypen er dann auch sucht. Und ich glaube einfach, dass ich einfach weiter an mir arbeiten werde und wenn sich der Bundestrainer dann dafür entscheiden sollte, mich einzuladen, werde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen. Du trinkst ja vor jedem Spiel ein Döschen. Hast du mal erzählt, dass es so ein Ritual ist. Jetzt ist passenderweise der kommende Gegner genau der Hersteller des Döschens. Spekulierst du darauf, einen Karton mit nach Hause nehmen zu können? Ich kriege ja immer hier ein paar Kartons zugeschickt, von daher spekuliere ich darauf nicht. Ich habe hier meine Vorräte noch und glaube, dass ich da noch gut versorgt bin. Ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile noch einen Effekt hat. Damals habe ich schon geglaubt, dass mich das ein bisschen gepusht hat. Mittlerweile mache ich es einfach, glaube ich, nur noch aus Gewohnheit. Bis zum nächsten Mal. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Vielen Dank.